Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 15. Oktober 2017 Heute dürfen wir etwas wünschen oder haben wir ein Vorhaben. Dann können wir auch aktiv sein, weil das ist die Begeisterung und diese Ziele sind auch erreichbar. Wir können mit guten Gesprächen rechnen oder in Überraschung, aber das schenkt uns auch mehr Klarheit. Und es ist auch wichtig, dass wir begeistert sind von etwas, von unserem Vorhaben und wir sollen auch überzeugt zu sein, dass wir ins Ziel ankommen und wir dürfen nicht aufgeben. Diese tägliche Himmelsbotschaft, natürlich eine allgemeine Botschaft, möchten Sie gerne wissen, Ihren persönlichen Himmelsbotschaft, dann können Sie das als Blitzberatung buchen. Das funktioniert schriftlich per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Und bitte dazu schreiben, mein persönliches Himmelsbotschaft. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich blitzschnell. Und eine Frage oder eine Botschaft beträgt mein Honorar 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.